Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von APTGast, dem Gaming Podcast, hier auf meinem Kanal, hier auf YouTube am Dienstag. Ich hoffe zumindest, das geht sich aus, mit der Upload-Zeit ist er nicht so gewiss manchmal mit meinem unstabilen Internet, dennoch bin ich aber zufrieden. Ja, das ist nicht das Thema, was ist heute das Thema und zwar, dachte ich mir, nehme ich mir mal Asynchronität von Videospielen vor, weil das ist irgendwie was, was mich ein bisschen stört und nervt und ich würde sagen, lehnt euch zurück, entspannt euch, keine Ahnung, könnt das Fenster YouTube ruhig minimieren. Der Podcast ist ohne Bild, ich wurde ja im Kommentar schon darauf hingewiesen, dass es dem einen oder anderen lieber wäre. Ich würde das Ganze mit bewegten Bildern machen, ist vorerst nicht geplant, soll einfach nur ein Audio-Podcast sein, der eben auch im Hintergrund laufen könnt, ohne gucken zu müssen. Und ja, ich bedanke mich auch am Anfang jetzt mal gleich, dass die erste Folge eigentlich relativ gut ankam. Ich bin sehr zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mal etwas ganz anderes ist, als ich sonst auf meinem Kanal hochlade und deswegen fände ich kaum das wirklich sehr gut an. Ja, Asynchronität in Videogames, was meine ich eigentlich damit und zwar meine ich folgendes, wenn man Games zockt und irgendein Monolog kommt oder eine Zwischensequenz und dann fangen die Charaktere an miteinander zu quatschen. Man hat eben auch Untertitel an und dann sieht man auf die Mundbewegungen hin, beziehungsweise ich bin einer, der guckt eben gern genauer hin und dann fängt es an, dass es auseinanderläuft. Und zwar in dem Sinne, der Mund bewegt sich vollkommen falsch zu dem, was man hört oder halt eben die Mundbewegung läuft noch weiter und es ist nichts mehr zu hören, dass jetzt irgendein Wort sagen würde oder halt umgekehrt. Ja, Asynchronität kann ja eben in viele Richtungen laufen und funktionieren quasi. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich meine, ich will jetzt nicht, ja ich werde schon doch auch Games nennen, die ich da meine, also vor allem Games, die mich jetzt betreffen. Weil, ja, ich glaube, euch geht es da so wie mir. Man bezahlt 50, 60 Euro für ein aktuelles Top Game, was man eben haben will zum Release oder kurz nach dem Release und dann wird man so enttäuscht. Klar ist das jetzt bestimmt, der eine andere wird sich denken, was redet er da, die Originalsprache ist ja Englisch. Ja, schon klar. Ich bedenke auch, dass Originalsprache Englisch ist und das auch so eingespielt wurde. Allerdings muss man auch vielleicht das ein bisschen umlegen und zum Beispiel als Vergleich jetzt, obwohl das vielleicht ein bisschen umfällig ist vielleicht. Aber wie gesagt, ich nehme jetzt mal als Vergleich eine Serie oder einen Film her. Die werden ja auch großteils in Amerika produziert und eben auch Originalsprache ist Englisch. Da wird es allerdings auch geschafft, eine möglichst vernünftige Synchronität zwischen deutscher Audiosprache vom Synchronsprecher und der englischen Mundbewegung herzustellen, sage ich mal. Da wird schon darauf geachtet. Ist jetzt vielleicht bei Videogames nicht so einfach, allerdings ist es durchaus auch möglich. Es ist ja nicht so, als wäre es unmöglich. Es gibt ja doch Spiele, wo es ganz gut funktioniert. Keine Ahnung, also mir fährt als auf die Schnelle fällt mir da Witcher ein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat bei mir, dass ich eigentlich ein Mittelklasse-PC habe, ganz gut funktioniert. Ich bin da selber überrascht, dass das so hinkauern hat. Also es war nicht immer Astrein sozusagen, aber es hat zum Großteil funktioniert. Und, um ein Gegenbeispiel zu nennen, was momentan gar nicht funktioniert bei mir zum Beispiel, wäre Call of Duty. Da ist es allerdings so, bei Call of Duty, wenn ich es von den, das hängt irgendwie witzigerweise, also witzigerweise, aber es hängt mit den Grafikeinstellen zusammen, wenn ich die extrem hochdrehe, nachdem ich ja nicht den stärksten PC habe, dann läuft es da auch auseinander. Aber das lässt sich ja ausgleichen. Wo es allerdings noch schrecklich ist, und das schockiert mich und macht ein bisschen traurig, ist bei Assassin's Creed auf der Playstation 4. Ja, ich habe jetzt auch eine Playstation 4 und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich schon sehr schockiert. Und da gab es schon Sequenzen, da konnte ich nicht mehr hingucken. Da musste ich einfach mal wegsehen und, ja, nur noch hinhören quasi, ohne hinzugucken. Weil ich schaffe es ja nicht mal, mir eben, keine Ahnung, irgendwo mal im Netz auf gewissen Seiten eine Serie anzusehen, die asynchron ist oder der Tonscheiße ist. Ich schaffe ja nicht mal das. Und wie kann ich dann das bei Videospielen verkraften? Und vor allem, weil es meiner Meinung nach die Qualität doch mindert. Weil was, ich finde, warum soll ich 50, 60 Euro für ein Game bezahlen? Klar kann ich das im Wohin und nicht wissen, wenn dann so etwas passiert. Und das finde ich stellenweise nicht unbedingt gerecht. Eben wie gesagt, mir fällt der Witcher ein, wo es funktioniert. Dying Light hat bei mir eigentlich auch ordentlich, also hat eigentlich gar keine Probleme gemacht. Dying Light, da muss ich ganz ehrlich sagen. Sicher ist das systemabhängig, bestimmt bei dem einen oder anderen Game. Auf alle Fälle spielt da die Konfiguration des Systems natürlich eine große Rolle. Aber nur jetzt von dem abhängig zu machen oder wie zum Beispiel bei der Playstation 4, wo man nichts einstellen kann, grafiktechnisch. Da muss ich ehrlich sagen, finde ich das nicht unbedingt jetzt dann prickelnd und cool, wenn da das dann nicht funktioniert. Man muss halt vielleicht auch sagen, dass bei Assassin's Creed vielleicht in der Produktion der Focus aufgrund des Unity-Vorgängers doch woanders hinverlegt wurde. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt optimal sozusagen ausgefallen ist. Aber gut, es soll jetzt ja an der Stelle kein Meckern sein. Und ich will in der Folge nicht wirklich jetzt mich einfach nur beschweren und rumheulen. Vielleicht schon in einer gewissen Weise. Aber ich will einfach damit sagen, beziehungsweise ein bisschen vielleicht euch auch dazu bewegen, mal genauer hinzusehen. Und ein bisschen vielleicht auch darüber nachdenken oder vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen und ihr stimmt mir dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, das ist so ein Thema. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, wie lange jetzt die Folge wird. Ich hätte noch ein zweites Thema auf Lager, dass ich vielleicht dranhängen könnte, wenn meiner Meinung nach die Folge zu kurz sein sollte. Allerdings, da ich nicht unbedingt ein Feedback bekommen habe, dass 30 Minuten zu lang wäre wie in der ersten Folge, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das ungefähr in die richtige Richtung läuft. Es wird nicht immer 30 Minuten lang sein und deswegen wird es nicht so tragisch sein, wenn es mal kürz ist. Und so, soviel dazu, mal als Zwischeninformation. Ich habe schon wieder Brainstorming Deluxe hier quasi live aus meinem Munde. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Genau, die Systemabhängigkeit, die Asynchronität finde ich absolut nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so, gewisse Hersteller klatschen ein Game nach dem anderen. Ich habe schon mal einen Game nach, aber ich habe schon mal einen anderen, der im Jahrestakt über den Tresen und immer wieder schleichen sich dann Fehler ein, wo einfach dann, keine Ahnung, der Großteil der begnadeten Fans enttäuscht wird. Bei mir, also es ist jetzt nicht unbedingt, jetzt hat nicht unbedingt was mit der Asynchronität zu tun, aber es ist vielleicht doch auch ein Qualitätsverlust, sage ich jetzt mal, der dazu beiträgt, dass man dort und da sicher gemunkel hört über Beschwerden jetzt quasi und negative Kritik. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn ich jetzt nochmal beim Assassin's Creed Thema einhaken dürfte, weil es mir einfach da stark aufgefallen ist, ja, es tut mir jetzt vielleicht leid, was heißt vielleicht tut es mir leid, das ist auch doof. Es tut mir jetzt leider an der Stelle, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer nur den Namen nenne, aber ich zocke nicht 100 Games, um quasi dann wirklich ein Fazit daraus ziehen zu können, sondern ich zocke 2-3 Games, was eh schon genug ist meiner Meinung nach, und daraus quasi vor mich mir dann ein Thema, wenn es was zu besprechen gibt. Und da ist mir halt eben das aufgefallen. Ich muss eben dazu sagen, ich spiele Assassin's Creed seit dem ersten Teil und war immer von Anfang an bei den Releasen am Start und habe immer angefangen, das erste Assassin's Creed am PC, dann die Playstation 3, alle anderen Assassin's Creed gekauft, gezockt und wirklich, ja, immer die ganze Assassin's Creed Reihe verfolgt und auch immer genauer hingesehen quasi. Dann hat sich vom Story-Technischen ja das bisschen verlaufen, dann hat es bei mir auch das Interesse ein bisschen abgenommen und jetzt dann, ja, ich habe Unity nicht gespielt, ich habe Black Flag nicht nur kurz mal gespielt, also nicht durchgespielt, aber mal kurz angezockt und, ja, und jetzt dann eben mit Syndicate, wo ich wieder genauer hinsehe, da ich mir eine PS4 gekauft habe, und dann gleich so was zu sehen, macht mich schon ein bisschen traurig, das muss ich ganz ehrlich sagen, und, ich weiß noch nicht, ich kann da, ich kann da keinen, wie soll ich sagen, ich kann da keine Ausgewogenheit finden, dass ich sage, okay, gut, es ist asynchron, dafür ist die Grafik top, ich weiß nicht, wenn man das eine mit dem anderen aufwiegt, das ist irgendwie auch nicht richtig, finde ich, deswegen, ja, Ja, also meiner Meinung nach sind 50 Euro, oder keine Ahnung, was kostet Assassin's Creed momentan, ich schaue jetzt einfach mal kurz beim Händler des Vertrauens quasi, um da jetzt kein Budget zu erzählen, was ich habe 55, habe ich bezahlt vor, äh, vor einer Woche, circa, nicht ganz, vor ein paar Tagen, ich habe erst seit einem Black Friday habe ich eine PS4, oh mein Gott, was für ein Zufall, ähm, Ja, aktueller Preis quasi 50 Euro, ja, 50 Euro, das ist der günstigste Preis momentan für das Spiel, ähm, für AC Syndicate, wenn man es mir jetzt mal abkürzen will, äh, und, Ich finde, 50 Euro hinzulegen und dann kein 100%iges Game zu bekommen, finde ich absolut uncool, weil, also ich habe schon auch am Wochenende mit einem Kumpel über das Thema gesprochen, und wir sind da praktisch auch einer Meinung, und der, und ich habe halt zu ihm gesagt, ja, für mich mindert das, den, ähm, den, 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 den Kaufwert des Games auf 30 Euro, wenn überhaupt, sicher ist die, äh, Audio, Einspielung der, der Sprache bestimmt die wenigste Arbeit, wenn man bedenkt, was, ähm, die, ähm, die restliche, ähm, Animation, 3D, Rendering, bla bla bla, Programmierung, ähm, Gestaltung der Landschaft, hast du nicht gesehen, was halt da alles dazugehört, bestimmt ist das, ist da die, 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 die Sprache und das Einspielen des, des Textes, etc., ein, ein Bruchteil von, von dem gesamten Game, allerdings, das sind, das, wenn man jetzt ein bisschen wieder ein Vergleich heranzieht, wie von LS15, sind wir wieder mal bei dem Thema, ähm, kleine Details machen es zu einem Rundenpaket, und, ja, man sieht ja eben, es funktioniert ja bei anderen Games auch, wie zum Beispiel das Dying Lights, der Witcher, da funktioniert es total los, da kann man überhaupt nicht meckern, und deswegen verstehe ich nicht, die, was man übrigens zum selben Preis, ähm, erwirbt, ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum es dann auch nicht bei solchen Games, ähm, hinhaut, das ist, das ist mir, das ist mir ein bisschen, wie soll ich sagen, suspekt oder unverständlich, vielleicht kann mich da jemand von euch aufklären, ein aufmerksamer, Zuhörer, in dem Fall als Zuhörer, Schrägstrich Zuseher von anderen Videos, und meldet sich dazu mal in den Kommentaren, mich würde ja auch andere Meinungen dazu interessieren, weil, natürlich ist das auch sehr, sehr wichtig, beziehungsweise mir ist das sehr, sehr wichtig, was ihr auch so denkt darüber, weil ich will jetzt nicht unbedingt, wie schon am Anfang gesagt, nur haten, und ihr denkt euch, was ist mit dem verkehrt, sondern eben nur einfach mal ein bisschen, keine Ahnung, genauer hinzusehen, das ist das Einzige, was, was ich vielleicht von euch will, wenn es der ein oder andere nicht unbedingt macht, obwohl ich der Meinung bin, der Großteil meiner Zuhörer, legen schon Wert auf, auf die Qualität, die ich auch, quasi mir erwarte, von, sei es jetzt, Spielehersteller, Mod, vom Modern, was auch immer, ja, ich labere hier knapp 15 Minuten schon wieder, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich zu dem Thema jetzt nicht unbedingt, wie groß, ich kann das Thema jetzt gar nicht mehr größer ausdehnen, und wir wären ja eigentlich schon wieder jetzt zu weit durch, da ich ja schon wieder das mit den Kommentaren von euch, mich erwähnt habe, jetzt bringe ich die Sätze auch schon durcheinander, ja, fassen wir noch mal kurz zusammen, was sind, was, was, was ich den letzten Minuten, quasi, von mir gegeben habe, also, mich stört bei der Asynchronität an Videogames eben, das, weil das, mich stört daran, dass es so ungleich ist, quasi, weil es eben, wie schon erwähnt, die einen Hersteller schaffen es, schaffen es, ich rede jetzt explizit von der deutschen Sprache, ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen ist, in Englisch wird es wahrscheinlich eh funktionieren, es wird, noch schlimmer, würde ich jetzt mal sagen, wenn es in Englisch auch so wäre, allerdings muss ich dazu sagen, gibt es ja doch auch wahrscheinlich einige, die englischen Originalton angemacht haben und deutschen Untertitel, das sollte ich vielleicht auch mal probieren, um da vielleicht ein bisschen anders zu denken, obwohl das meiner Meinung nach nicht unbedingt Sinn der Sache ist, weil, wenn es einen deutschen Originalton gibt, dann verwende ich den auch, logischerweise, weil, klar, ich kann Englisch sprechen, hatte Englisch in der Schule, aber Englisch, zum Beispiel in einem Videospiel, wo es einfach dann mal hektisch wird, da glaube ich, klenke ich mich aus und dann denke ich mir, oh shit, ich habe dich öfter nicht verstanden. Ja, was kann man jetzt noch abschließend zu dem Thema noch sagen? Freunde, ihr müsst wissen, wenn ich dann APT-Cast aufnehme, dann rede ich hier frei, schnauze, sitze vor meinem Desktop, sehe hier das Aufnahmeprogramm, die Wave, also die Wave von meiner Stimme und mehr habe ich eigentlich ja nicht vorbereitet. Ich denke mir natürlich immer ein paar Tage zuvor ein bisschen was zusammen, wie ich das Ganze hier ungefähr angehe und den Rest lasse ich einfach frei aus mir raussprudeln, also aus meinem Munde, nicht anders denken bitte. Und ja, vielleicht kann ich noch jetzt dann kurz sagen, wie gesagt, zu dem Thema melde euch einfach in den Kommentaren oder wenn ihr einfach direkt meiner Meinung seid, gebt einen Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Vor allem möchte ich mich eben nochmal bedanken, dass das erste Video gut angekommen ist. Wie gesagt, lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren, würde mich sehr, sehr freuen, teilt es einfach gerne mal weiter, wenn ihr das Video mal jemandem zeigen wollt, keine Ahnung, eurem Verwandten, nee Spaß, euren Kumpels, keine Ahnung, im Clan oder wo auch immer in der Modding-Gemeinschaft, ihr wisst, was ich meine. Ja, an der Stelle vielleicht auch kurz ein paar Infos über APT-Cast beziehungsweise wie ich das praktisch weiterführen werde. Geplant ist eben in Zukunft, also einmal in der Woche, jeden Dienstag, eine neue Folge rauszuballern, wenn es mir möglich ist. Ich hoffe, ich schaffe das quasi, weil ich bin ganz normal eben auch noch ein Arbeiter und habe einen 40-Stunden-Job. Deswegen ist das auch für mich hoffentlich umsetzbar. Ich muss mich da auch trotzdem, wenn es nur ein Audi-Podcast ist, hinsetzen, das aufnehmen, mir einen Blödsinn auszudenken. Nein, Spaß ist ja kein Blödsinn. Das ist schon ein ernst gemeintes Thema. Dann das Ganze auch noch rendern lassen. Oh mein Gott. Ja, deswegen hoffe ich da, zumindest wäre der Plan immer dienstags, eine genaue Uhrzeit, werde ich auf alle Fälle auch noch festlegen. Ich muss mir das mal ein bisschen anschauen, wie das mit dem Upload so sich einpegelt quasi, wie ich das schaffe. Weil zum Beispiel haben wir, also jetzt, wo ich gerade aufnehme, ist schon Dienstag. Mein Plan war allerdings montags aufnehmen und eben für Dienstag dann bereitstehen, bzw. Online-Stellen. Hat letzte Woche geklappt, diese Woche nicht. Deswegen schauen wir mal, wie sich das einpendelt. Auf alle Fälle gibt es bestimmt mehr Infos. Übrigens jetzt in Zukunft auch wahrscheinlich auf Facebook, weil ich habe ja auch eine Facebook-Seite gegründet. Ich weiß, da habe ich bisher einen Beitrag geschrieben, das wird jetzt vielleicht, bzw. habe ich es geplant, dass das mehr wird. da doch auch Gott sei Dank immer wieder Aufrufe auf der Seite drauf sind. Leider halt keine Likes dazukommen, um eine größere Masse zu erreichen. Also wenn ihr mal vorbeischaut oder schon mal vorbeigeschaut habt, macht das nochmal, lasst ein Like da und verfolgt auch gerne, wenn es euch interessiert, auf Facebook ein bisschen, was ich so schreibe. Also was wird es da großartig geben? Video-Updates oder mal ein zwischendurch-Statement, wenn ich mal ein Video nicht schaffe, zum Beispiel mit einem EPT-Gast, was ich ja nicht hoffe. und deswegen kann ich an der Stelle, glaube ich, mich auf euch verlassen. Und ja, ihr seid selber, am Anfang noch erwähnt, 30 Minuten war die erste Frage jetzt, dann werden wir es auf 20 Minuten quasi schaffen und noch ein bisschen rauszögern. Jetzt wird es peinlich. Aber wie gesagt, der Audi-Podcast dient ja dazu, dass ihr das einfach anmacht. Jetzt könnt ihr ihr eben ruhig im Hintergrund laufen lassen. Ja, dass ich Ihnen dreimal sage, glaube ich, machen wir an der Stelle auch Schluss. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt gerne was in die Kommentare. Ich will mit euch unbedingt da sozusagen diskutieren, im Kommentarbereich beziehungsweise eure Meinung dazu erfahren. Und, wenn ihr eben anders denkt, ihr dürft auch einen Daumen nach unten geben. Wenn ihr das macht, dann bitte ich euch doch, schreibt vielleicht ein Gegenargument, weil, damit ich unbedingt, dass ich ungefähr weiß, wo ich falsch liege oder was ihr halt anders seht. Gut, in dem Sinne, kann ich nur sagen, bis zum nächsten Video, eine Motvorstellung kommt, werde ich jetzt gleich im Anhang noch machen. Ja, und, für die, was jetzt bis zum Schluss gucken, ich habe mir eine kleine Information aufgehoben, Assassin's Creed, let's play, oh mein Gott, aufgrund der PS4 und des Elgato Game Capture, nein, das ist kein Produktplacement, nein, ich bekomme hierfür kein Geld, dass mir ein Kumpel eben geliehen hat, das Gerät, ist es mir möglich, über die PS4 aufzunehmen. Gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Video, wie vorhin schon gesagt, ich bin raus, wir abschätzen mich, tschüss, ciao und bye bye.